Nimm eine bequeme Körperlage an, schließe deine Augen, atme ganz tief in dich hinein, spüre, wie du dich mit dir selbst verbindest. Du bist jetzt ganz tief mit deinem Unterbewusstsein verbunden. Und jetzt schließt du deine Augen auch in deinem Unterbewusstsein. Du befindest dich jetzt auf einer höheren Bewusstseinsebene in der zwölften Dimension, aus welcher du nun dein Leben anschaust. Du nimmst deine Treppe vor dir wahr, die nach unten führt. Es gibt zwölf Stufen und jede davon ist eine Welt für sich. Du befindest dich jetzt auf der zwölften Stufe. Das ist die Welt der Architekten. Du bist hier zu Hause. Das ist deine Welt, in welcher du deine Schöpferkraft auslebst. Du baust ganze Welten, vielfältig und multidimensional. Das Spiel der Geier ist ebenfalls dein Werk. Von der zwölften Dimension bis in die dritte hast du ein Spiel aufgebaut. Die Stufe für Stufe von unten nach oben abläuft. Jede Stufe ist kein extra Ort und Raum, sondern dein Bewusstseinszustand. Wenn du von oben das alles betrachtest, erkennst du, dass du genau jetzt auf allen Ebenen gleichzeitig existierst. Und vor der zwölften Ebene beobachtest du deinen Weg, der von unten nach oben verläuft. Erkenne jetzt, dass nichts ein Zufall in deinem Leben ist. Nicht mal Kleinigkeiten sind Zufall. Jedem Mensch, dem du begegnest, jedes Ereignis, ob außen oder in dir, ist von vornherein aus der zwölften Dimension vorprogrammiert. Die dritte Ebene des Spiels ist überhaupt eine besondere Ebene. So eine Welt wie Gaia gibt es nirgends. Extreme Gegensätze sowie Abspaltungen und ständige Veränderungen gibt es nur hier. Also, herzlichen Glückwunsch, dass du hier gelandet bist. Nur die Außerwelten kommen auf die dritte Ebene. Denn durch diese Extreme, die wir erlebt haben und noch erleben, wird unsere Bewusstsein zum höchst schwingenden Diamanten poliert. Erkenne nun, dass dein Lebensweg, der durch das Spiel von unten nach oben verläuft, das beste Geschenk von dir an dich ist. Jetzt spüre dich. Brinke deine Aufmerksamkeit in den physischen Körper. Nimm deine Präsenz in dir wahr. Deinen Körper hast du für dich ausgesucht, um dein Spiel des Lebens auf optimale Art und Weise durchzuspielen und zu gewinnen. Also bedanke dich bei ihm. Denn er begleitet dich durch Erkenntnisse, die dein Bewusstsein erweitern und vervielfältigen. Dein Körper ist ein göttliches Instrument, durch welches du in der Lage bist, den Quantensprung zu vollziehen, um deine Persönlichkeit, die in der dritten Ebene festgehalten wird, zu transformieren. Erkenne, du bist vielmehr als diese Persönlichkeit, die das Leben auf der Gaia spielt. Du bist gleichzeitig der Architekt, die Ganzheit, kollektives und universelles Bewusstsein in Einheit mit allem, was ist. Aber nur auf Gaia bist du in der Lage, dich einsam, allein und getrennt zu fühlen. Dennoch ist es eine Illusion. Denn in Wirklichkeit bist du eine Einheit. Du bist eine ganze galaktische Föderation. Jetzt stell dir vor, du stehst auf der unteren Stufe der Treppe, der Stufe von der dritten Dimension, die dich nach oben in das höhere Bewusstsein führt. Du nimmst dich noch einmal wahr, atmest dich zurück in deinen Körper und du machst bewusst einen Schritt auf die nächste Stufe, in die vierte Dimension. Mach den Schritt jetzt. Atme ein und nimm dich wahr. Du bist bereits hier, auf dieser höheren Stufe. Deshalb erkennst du, dass sich etwas in deinem Leben bereits verändert hat. Deine Einstellung auf das Leben selbst. Vielleicht äußerlich hat sich scheinbar noch nichts verändert, aber innerlich schon. Du nimmst das Leben und das ganze Drumherum um dich anders wahr. Du kannst es manchmal noch nicht definieren und in Worte fassen, aber du fühlst es. Es ist bereits geschehen. Erkenne, du bist bereit, in die fünfte Dimension zu wechseln. Endlich das Spiel von emotionaler Achterbahn zu verlassen und in deine Mitte anzukommen. In den Frieden anzukommen, nach welchem du dich schon so lange gesehnt hast. Das Spiel der Geier kannst du nur gewinnen. Das ist der einzige Weg von hier. Du kannst nicht kündigen, schwänzen oder sterben. Du kannst wirklich hier nicht sterben. Du kannst nur gewinnen. Du gewinnst, wenn du erkennst, dass du in deinem Spiel der Spieler bist. Du kannst dich vom Level zum Level nach oben spielen. Gewinnen bedeutet erkennen, deine Selbstwahrnehmung, Bewusstsein zu verändern. Das ist der Quantensprung, der dich von unten nach oben katapultiert. Also, noch einmal, stell dir diese Treppe vor und geh bewusst von der dritten Stufe auf die fünfte. Wenn du Lust hast, kannst du auch die höheren Stufen ausprobieren. Nun erkennst du, dass auf jeder Stufe gibt es nur dich in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen im Jetzt. Willkommen in deine Ganzheit und in deine Ganzheit. Und du kannst dich